Der Aktienmarkt beendet eine durchwachsende Woche mit durchweg positiven Signalen, vor allem aus dem Tech-Sektor und genau darauf wollen wir uns heute fokussieren, denn die Frage bleibt offen, warum gerade Risiko-Assets wie Tech-Aktien, dann eben auch Kryptowährungen so stark performen, obwohl der Gesamtmarkt, obwohl die Weltwirtschaft an einer Rezession schrammt. Wir wollen das Ganze mal erörtern, zusammenfassen, ich gebe natürlich auch einen persönlichen Ausblick, deswegen jetzt erstmal zurücklehnen, anschneiden und viel Spaß beim Update. Hi, mein Name ist Mirko und ich hoffe, es geht euch gut da draußen, heute mal mit einem neuen Setup, ich habe hier ein bisschen an den Stellschrauben gedreht und sorry, dass ich jetzt so lange schon kein News-Update mehr hatte, ich war im Urlaub und Freitag war ich ehrlich gesagt einfach zu faul, mich doch nochmal hinzusetzen, ein Video zu machen, denn man muss auch wirklich sagen, der Aktienmarkt aktuell in lauer Stellung. Es gab durchweg viele interessante Daten, vor allem von Unternehmen und das ist gerade das neue Narrativ, weg von eben der FED, weg von der Zinspolitik, die weiter natürlich eine Rolle spielt, genauso wie die Inflation, aber jetzt auch mal rein in die Realwirtschaft, um zu gucken, ja wie schlecht geht es der Wirtschaft denn tatsächlich. Wir gucken vorher aber mal auf die Finanzmärkte, auf die ganzen Aktien, die es so gibt, ihr habt gerade einen kleinen Ausschnitt gesehen, der S&P 500 hier im vollen Chaos für euch in den Kacheln und da seht ihr eben vor allem bei Technologiedienstleistungen, Elektroniktechnologie, Apple, Nvidia, Google, Microsoft, Meta, Netflix. Wir hatten viele Gewinner in dieser Woche, Netflix natürlich auch vor allem durch die Quartalzahlen, die zugegebenermaßen eigentlich auch gemischt zu betrachten sind, da wollen wir gleich mal ein bisschen drauf schauen, nicht zu sehr im Detail, aber wichtige Daten waren da eben enorm positiv und das hat die Tech-Branche ein bisschen beflügelt. Ansonsten der DAX durch Wachsen, der DAX auch sinnbildlich, zum Beispiel der Dow Jones mit eher defensiveren Werten, nicht so stark in dieser Woche, eben kämpfend darum, wie es jetzt tatsächlich weitergeht, ich spreche hier konkret von der 4000er Marke beim S&P, die enorm wichtig ist, nicht nur aus technischer Perspektive für das Gesamtmarktsentiment aktuell. Also hier sehen wir gerade die Gebrauchgüterindustrie, Automobilindustrie, die ist etwas unter die Räder gekommen in dieser Woche, Inflationsdaten, die da wichtig sind, aber insgesamt gibt es eigentlich nur einen Gewinner und das sind eben neben den Tech-Werten vor allem die Kryptowährungen und ich habe euch ja gesagt, gerade im Titel habe ich es auch mitgeschrieben, ich habe Bitcoin mal wieder ausnahmsweise mit reingenommen, ihr wisst, ich habe auch einen Kryptokanal, ich habe da gleich einen wichtigen Shoutout für euch, denn da erwartet euch morgen ein wichtiges Video, was auch hier für den Finanzbereich enorm wichtig sein wird, nämlich die Frage der Fragen, wann endet dieser Bärenmarkt? Ich habe die Glaskugel ausgepackt und jede Menge Daten für euch, gucken wir jetzt aber erstmal auf die Gewinner und da sehen wir eben Bitcoin 10% Kurs plus, wir haben auch Altcoins, die teilweise stark performen konnten, aber wir sehen vor allem, dass der Kingscoin die Nummer 1 der Kryptowährung zugelegt hat, entsprechend auch die Marktdominanz und das ist auf jeden Fall ein positives Zeichen, vor allem aber hier und das muss man auch mal ganz nüchtern betrachten, angetrieben durch sogenannte Short-Squeezes, also Short-Positionen, die extrem aufgebaut wurden, weil eben um den Bereich von 16.500, den wir gerade mal vor zwei Wochen hatten, extrem viele Leute auf weiter fallende Kurse gesetzt haben und der Markt macht manchmal eben, was er will und entsprechend hat er dann gedreht und wenn dann eben viele Käufer kommen und viele eben eigentlich auf ihren Short-Positionen sitzen, kommt genau dieser Punkt, wo es knallt, wo es squeezed, wo man wirklich alles quasi nochmal rausquetscht, denn die Short-Positionen, die werden dann gefüllt und das natürlich auch mit Arbitrage-Möglichkeiten beim Kaufen von physischen Bitcoins, also sehr, sehr spannende Marktbewegung, man sieht, wie die Marktmechaniken hier tatsächlich greifen, aber ich warne hier auf jeden Fall, diese Party ist auf trotzdem dünnem Eis, denn die Weltwirtschaft steht eben weiter noch vor Herausforderungen. Die Party nehmen wir natürlich mit, also eine weitere Bärenrallye und den Chart wollte ich mir nicht genau angucken, Aber, und das ist das Positive bei Bitcoin, man ist jetzt auf einem Preisniveau wieder deutlich über dem Moment, an dem FTX pleite gegangen ist, die große Kryptobörse, die ja Löcher und Angst und Sorgen hinterlassen hat, auch vor allem von Ansteckungseffekten, also kann man sagen, die Outperformance vor allem auch dadurch gegeben, dass wir hier auch enorm Aufholpotenzial hatten. Ich habe es gerade noch angekündigt, ich habe ein Video für euch in der Pipeline und das ist dieses hier, Ende, Fragezeichen, das sagt dir keiner, vielleicht ändert er ja auch noch das Thumbnail, finde ich irgendwie auch komisch, aber vor allem das Ende des Bitcoin-Bärenmarkts und was ihr unbedingt über den Kryptozyklus wissen solltet. Ich fange das Video an, eben wie gesagt, mit wichtigen Daten aus der Finanzwelt, die uns helfen, eben genau so einen Bärenmarkt nicht nur zu verstehen, was das ist und was gerade vor allem die Faktoren sind und wie lange er dann entsprechend auch aus vergangenen Werten noch dauern könnte. Könnte, liebe Leute, wir gucken jetzt erstmal in die Gegenwart und der Aktienmarkt zeigt sich, wie gesagt, mit einem Happy End, also einem positiven Wochenende, der S&P wieder Richtung 4000 schielend, aber, und das ist eben gleich, wenn wir uns den Chart angucken, eine herausfordernde Marke, eine wichtige Marke, die geknackt werden sollte, wenn diese, ja, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, gerade zerfahrene Bärenrallye, wenn sie weitergehen soll. Wo es auf jeden Fall richtig kracht ist beim Euro und zwar im positiven Sinne. Wir haben ja den Wendepunkt eigentlich gesehen am Jahresende, letztes Jahr ein schwächer werdender US-Dollar, entsprechend Raum für den Euro, auch aufgrund der Zinspolitik etwas positiverer Aussichten, was den europäischen Wirtschaftsraum angeht. Ganz klar, hier war man natürlich auch absolut im Tal der Tränen, an einem Tiefpunkt der Tiefpunkte. Da kann es dann irgendwann auch nochmal in eine andere Richtung schielen. Also die Zinspolitik hier auch maßgeblich entscheidend, denn die wird härter, wird gleich noch ein Thema sein, also ein starker Euro in der Zwischenzeit. Und ansonsten die Staatsanleihen natürlich weiter im Fokus. Hier bildet sich vielleicht eine Art Boden um die 3,5%, 3,4% Marke auf 10-Jahresfrist aus. Vor allem aber interessant ist und bleibt die Zinsinversion der 10-Jährigen und der 2-Jährigen Staatsanleihen. Wir gucken da gleich nochmal drauf und ich muss vielleicht ein bisschen Tempo rausnehmen auf den Heiligen Sonntag hier, damit ich das auch noch einigermaßen gut über die Bühne bekomme. Wir schauen auf den S&P jetzt mit wichtigen Marken, wie auch der Kryptosektor ehrlicherweise, denn hier vor allem in Pink die 200-TMA-Linie, die ist wichtig und die wurde durchbrochen nach oben, mehrmals. Aber mehrmals sind wir eben auch genau an diesem Abwärtstrend des aktuell laufenden Bärenmarkts abgeprallt. Das lässt sich hier wirklich sehr schön zeigen und ich sage das oft in Videos, aber es ist einfach sinnbildlich dafür, wie ein eigentlich fast perfekter Bärenmarkt funktioniert. Nämlich mit Abschwüngen nach unten, kleinen Hoffnungsphasen, denn es geht eben nicht immer nur bergab und immer nur bergauf. Es gehören Wellen dazu, auch auf dem Weg nach unten leider und lässt sich dadurch erkennen, dass dann eben nach Hochphasen immer tiefere Tiefs entstanden sind und wir eigentlich immer wieder auch eben an diesem Downtrend abgeprallt sind. Fast abgeprallt also aktuell. Wir haben am Freitag nochmal einen schönen Boost nach oben gesehen. Die 200-TMA-Linie auch hier wieder im Fokus. Also aus charttechnischer Sicht spricht hier einiges für eine wirklich eine Woche oder Wochen der Entscheidungen und das tatsächlich vor allem auch mit Blick auf die Unternehmensdaten. Denn gucken wir hier nochmal die Musik, um das hier nochmal zu verdeutlichen, haben definitiv die Tech-Werte gemacht. 5% bei Tesla am Freitag, Nvidia 6%, Netflix 8%. Also hier hat es auf jeden Fall gescheppert und die Leute sind wieder ein bisschen mehr bereit, Risiko einzugehen. Denn vielleicht ist doch nicht alles so schlimm, wie es scheint und die Aussichten sind vielleicht doch besser als erwartet. Der vielen Güteindex ansonsten wenig überraschend, entsprechend ein wenig im gierigen Bereich. Gleich ist das eine Warnung, nicht unbedingt. Wir kommen aus der neutralen Zone, wir kommen aus dem Angstbereich vor einem Monat. Und wie ich eben sage und guckt euch den Chart einfach nur an, es bewegt sich eben in Wellen und wir waren vor einem Monat an einem Punkt im Markt, der wirklich, wo ich sagen muss, der absoluten Lethargie des maximalen Desinteresses und nach dem Motto, mir ist jetzt sowieso alles scheißegal, kann doch noch kommen, was will. Die Krisen der Mutter, Krisen der Krisen, lass alles knallen, ich bin bereit. Also wir gucken jetzt nochmal drauf, was ist eigentlich konkret in der Woche makroökonomisch noch passiert. Ich habe nur ein paar Daten für euch rausgesucht. Hier waren vor allem die Core Retail Sales ein weiterer Indikator dafür, dass es der Wirtschaft womöglich nicht so gut gehen könnte. Die waren schlechter als erwartet. Wir hatten dafür auf der anderen Seite den PPI, also die Produzenteninflation. Die war wiederum überraschend positiv. Auch hier ganz klare Anzeichen weiterhin dafür, die Inflation ist kein großes Thema mehr. Das sehen wir gleich auch, wenn wir auf die FED-Entscheidung gucken, die in 10 Tagen ja anfällt. Und ansonsten die Initial Jobless Claims. Also der Markt zeigt sich weiter resilient, der Arbeitsmarkt resilient dagegen, dass die Wirtschaft ja vielleicht irgendwann doch nochmal einbricht. Aber wir sehen es an den Jobless und den Arbeitsmarktdaten überhaupt nicht. Das ist noch ein Faktor, der so ein bisschen Sorgen bereitet und vielleicht noch ein bisschen die Zinsthematik im Kopf halten lässt. Ansonsten vor allem auch die Home Sales, die sind weiter noch so ein bisschen im Abwärtsgang. Bisschen besser als erwartet immerhin. Aber ja, insgesamt also ein zerfahrener Markt. Wir freuen uns dann in der nächsten Woche nicht wirklich viel aus makroökonomischer Perspektive zu sehen. Wir wissen darum, dass es auch das World Economic Forum angefangen hat. Mal sehen, was dort für Krisen wieder aus dem Schlund gezogen werden, um jetzt kein böses Wort zu verwenden. Aber ja, da drehen wir ein bisschen an der Ohrfeigenscheibe für weitere Krisen. Mal schauen, was dort rumkommt. Die CPI-Daten in Europa könnten vielleicht noch interessant sein. Aber ich muss ehrlich sagen, gerade aus makroökonomischer Perspektive sehe ich nur die EZB-Entscheidung noch wichtig. Und das ist auch sehr interessant, wie sich jetzt auch das Bild gewandelt hat. Ein bisschen mehr weg von der FED, deren Kurs eigentlich klar ist. Vielleicht nochmal zwei Zinserhöhungen und dann ist erstmal Sense. Hin eben auch Richtung Europa und die Geldpolitik der anderen Staaten. Denn am Ende sind wir in einem globalisierten Ökosystem und wirken doch auch ineinander. Und die EZB zuletzt sehr, sehr hawkisch. Sehr, sehr aggressiv, was auch die Zinspolitik angeht. Klar, wir sind hier eben noch bei drei Prozent ungefähr nach der Entscheidung. Und da haben wir eben noch einen Weg zu gehen, um bei der FED zu landen. Und wir haben eben auch in Europa noch eine höhere Inflation als in den USA. Gut, also auch hier nochmal ein paar Jobdaten. Dann am Freitag rundet dann das makroökonomische Bild ab. Aber der Fokus bleibt auf den Unternehmen, auf Netflix, die wir jetzt schon gesehen haben. Als erster Indikator dafür, dass eben auch schlechte Zahlen überraschend gut ankommen können. Denn ein echter Blick auf die Zahlen zeigt schon durchaus, es gab viele Enttäuschungen, gerade aus Umsatzperspektive. Also gerade da, wo es auch aufs Geld ankommt. Auf der anderen Seite, wo das Geld herkommt, sind eben die Abonnenten. Und die zahlenden Abonnenten haben überraschend zugenommen. Und hier dürfte bei Netflix auch in diesem Quartal noch einiges dazukommen. Denn es gibt ja eine neue Politik in Bezug auf gesharte, geteilte Accounts. Also Netflix auf jeden Fall mal mit Oberwasser nach dieser Woche. Und die Aktionäre oder die Investoren haben es dann doch positiv gesehen. Und hier zeigt sich eben wieder mal die typische Bärenmarkt-Romantik. In Phasen, in denen alles schlecht ist, ist weniger schlecht eben immer gut. Und die Erwartungen sind eben sehr pessimistisch. Da ist dann eine positive Überraschung umso schwergewichtiger. Und löst dann mal eben von heute auf morgen ein exzessives Kursfeuerwerk an. Wir haben ansonsten noch den Blick zu anderen Tech-Werten. Und der nächste reiht sich ein. Alphabet streicht 12.000 Stellen nach Microsoft und anderen Tech-Giganten. Der nächste große Player, der massiv Jobs streichen wird. Also auch hier werden sich sicherlich irgendwann mal Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt zeigen. Denn die Tech-Werte oder die Tech-Unternehmen sind eben nicht die einzigen, die Leute entlassen. Und hier mal übrigens der Schulterschluss, warum Bitcoin jetzt auch noch mal oder Risikoassets gerade vor allem am Freitag noch mal so ordentlich in die Luft gegangen sind. Und auch am Samstag, da wird eben weiter auch Krypto gehandelt. 24-7, der Markt ist immer geöffnet. Bisschen weniger Volumen, weiter positives Sentiment aus Risikoasset-Bereich. Also wir sehen, wenn nämlich Stellen gestrichen werden bei Unternehmen, dann ist das ein positives Signal für den Markt. Ja, fragt ihr euch, warum ist das so? Ganz einfach, wenn man Stellen streicht, spart man Kosten ein. Und wen freut das? Natürlich die Aktionäre, denn die bekommen mehr Dividende, das Unternehmen hat mehr Gewinn. Das freut dann eben alle Marktteilnehmer. Die es nicht freut, sind diejenigen, die entlassen werden. Und das wiederum gut für die Zinspolitik, denn entlassene Leute können nichts kaufen, weil sie kein Geld haben. Und wenn sie kein Geld haben, können sie die Inflation nicht weiter anfachen. Das mal ganz simpel erklärt, wie brutal, nüchtern und rational der Markt dann letztendlich ist. Und genau das ist ja auch meine Aufgabe hier auf dem Kanal, euch genau das zu vermitteln, diese Information einzuordnen. Was ihr dann daraus macht, ist letztendlich natürlich eure Entscheidung. Aber es rappelt im Karton und das Ende dieser Fahnenstangen ist meiner Meinung nach noch nicht erreicht. Kann aber auch sein, dass doch alles anders kommt. Dafür sind die Märkte pervers genug. Und Bitcoin eben dann weiter überraschend mit Kurs-Explosionen und dann entsprechend wirklich solch tollen Wochen-Performances, obwohl allein vorgestern auch schon wieder gefühlt 10% Kurs-Plus war. Also wichtigster Blick ist und bleibt die Welle, die Welle der Unternehmensdaten, die uns jetzt in der kommenden Woche bevorstehen. Wir sind noch nicht am Höhepunkt, denn wir haben in der nächsten Woche vor allem mit Microsoft, Verizon, Johnson & Johnson, Tesla, Intel, Visa, American Express, auf jeden Fall viele, viele interessante Kandidaten, die ihre Zahlen liefern. Es sind natürlich auch noch mehr, aber die Woche danach mit Apple, Amazon, Google und hast du nicht gesehen. Also da kommt dann wirklich der Zenit und das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie vor allem auch die Aussicht der Unternehmen ist auf die Zukunft. Wir wissen jetzt, dass das Q4 sicherlich ein herausforderndes Quartal war und nicht ein Weihnachtsfeuerwerk, wie man es sonst vielleicht kennt, durch Lieferangpässe, durch verschiedene andere Faktoren und natürlich auch die Sorge von eben Retail, von eben Kunden, die kaufen, dass sie sich eben hier ein bisschen zurückhalten mit Hinblick auf eine schwierigere wirtschaftliche Lage in der Zukunft. Also das wird der entscheidende Faktor meiner Meinung nach sein. Ansonsten natürlich weiter auch noch der Blick auf die Zinspolitik, nicht nur in die USA, sondern wie ich eben gesagt hatte, auch Richtung Europa, EZB. Frau Lagarde wird sprechen. Es werden 50 Basispunkte erwartet und auch im Februar und März könnten nochmal 50 kommen und dann sind wir eben auch schon auf dem Niveau der FED langsam angekommen, die in 10 Tagen Tagen wird und in 10 Tagen Tagen auch feierlich. Einfach toll auf den Sonntag. 99,3 Prozent, also eigentlich jeder Marktteilnehmer rechnet mit 25 Basispunkten in 10 Tagen und wenn wir uns mal den März anschauen, wird es auch interessant. Da können wir uns durchaus nochmal zu 25 Basispunkten kommen und dann sind wir eigentlich am Ende der Fadenstange Richtung 5 Prozent auch angekommen. Auch hier die nächsten Daten, Zahlen und Fakten werden es zeigen, wie die FED entscheidet, aber deswegen, die FED wird genau deswegen unwichtiger. Viel, viel wichtiger wird eben diese Welle, die Zahlen der Unternehmen, die Ausblicke der Unternehmen und wie es in der Realwirtschaft tatsächlich zugeht. Und das, liebe Leute, immer mit dem Gedanken, wir sehen nur die Vergangenheit. Wir können die Zukunft vielleicht ein bisschen versuchen zu prognostizieren. Es kann immer noch viel Unerwartetes passieren, aber wir sehen eben die ersten Auswirkungen dieser harten, dieser rezessiven Geldpolitik. Und da sind wir auch schon beim Thema, ich weiß gar nicht, ob rezessiv das richtige Wort war, aber Rezession. Ich wollte die Brücke hier hinschlagen zu diesem Chart, den Dylan Leclerc geteilt hatte, den ich auch auf dem Kryptokanal schon gezeigt habe, weswegen ich weiterhin einfach vorsichtig bin. Die Party mitnehme, jede Bärenrallye natürlich genieße, aber der Blick eben auf den Spread über die Zinskurve, die Zinsinversion, die ist schon echt hart. Wenn man sich überlegt, seit den 80er Jahren war es nicht mehr so krass. Und in der Vergangenheit war das eben einer von vielen Indikatoren dafür, dass es eben eine Rezession geben wird oder beziehungsweise gegeben hat. Ist ja auch logisch. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, die Zinsinversion ist nur ein Faktor. Und wir sehen und merken eben auch, dass natürlich die Weltwirtschaft sich ganz anders verhält als noch vor 40 Jahren. Es gibt Sachen, die sind gleich, es gibt Sachen, die lassen sich wiederholen. Aber allein mit Blick auf die Ausweitung der Geldmenge, die Effizienz, der Informationsfluss, gibt es viele Faktoren, die heute nicht mehr gelten und vielleicht vor 40 Jahren noch geholfen haben, einschätzen zu können, wie hart die Landung wird. Ich denke, die Unternehmenszahlen, die werden uns vor allem wirklich zeigen, wie hart die Landung ist, wird und das wird auch dann in den nächsten Quartalen die oder mit die entscheidenden Zahlen sein. Gucken wir nochmal auf den Zinswechsel, was passiert, wenn die Stimmung kippt. Ich hatte das auch schon mal geteilt. Einfach nochmal hier, better safe than sorry. Wenn nämlich die Zinspolitik sich ändert, dann hat sich auch der Markt nochmal verändert, nämlich in ein negatives Sentiment. Und wen wundert's, also wenn man mal hier ranzoomt an das, was vor dem Corona-Crash passiert ist, natürlich nochmal beim Zinswechsel steigende Kurse, weil sinkende Zinsen gleich hohe Chance für Risikoassets. Das ist natürlich, da wird kapitalfrei. Es warten ganz viele an der Seitenlinie gerade, vielleicht auch auf so einen Moment. Heißt aber nicht, dass wir da nicht nochmal einen Crash erleben könnten, weil die Fed, wenn sie die Zinsen dreht, nämlich an einen Punkt gekommen ist, wo wir der Wirtschaft eben schwierigen Zeiten gegenüberstehen. Ich hatte ja gerade gesagt, alles blickt auf die Vergangenheit, alles ist sehr, sehr träge, was diese Geldpolitik angeht. Und wenn die Fed dann wendet, dann aus einem guten Grund, und der ist dann wahrscheinlich schon so schlecht, dass es eben der Wirtschaft real schlecht geht und das spätestens dann jedem nochmal an der Stelle klar wird. Ich warte also auf ein klärendes Gewitter. Wenn keins kommt, ist mir das auch egal, denn ich bin im Markt nach wie vor schon positioniert, sowohl bei Bitcoin und Ethereum als auch beim S&P. Deswegen auch nochmal der Blick auf die Drawdowns, auf die aktuellen Lagen und was theoretisch noch passieren kann. Ihr kennt diese Charts mit Zukunft und Vergangenheit. Ich will das gar nicht zu sehr hier ausarten und empfehle euch definitiv am Montag, also morgen, auf meinem Kryptokanal Bitcoin2go, ich werde den unten in der Beschreibung nochmal verlinken, einfach mal drauf zu gucken, wann endet der Bärenmarkt sowohl für Bitcoin als auch für den makroökonomischen Bestandteil. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, beide Assetklassen hängen sehr, sehr tief miteinander mittlerweile zusammen, aus einem Grund, der auch relativ klar ist. Denn, wenn man sich die Marktkapitalisierung von Bitcoin anschaut, das Sentiment, dann spricht man eben auch schon von Assets, von einer Assetklasse und dann ist klar, dass sich irgendwo auch am Finanzmarkt orientiert. Gucken wir abschließend nochmal auf die beliebte Kurve, die Psychologie der Märkte, die Marktcycles. Wo sind wir? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wo ihr euch oder wo ihr denkt, wo der Markt jetzt gerade ist. Sind wir vielleicht wirklich gerade aus der Depression ausgebrochen, in eine Disbelief Rallye? Aber vergesst nicht, auch nach dem Disbelief kommt nochmal vielleicht eben dieser letzte Lackdown, bevor wir dann wirklich an diesem Punkt sind, wo wir danach wirklich von Hoffnung, von Optimismus, von Belief, Will und Euphorie sprechen können. Kurzfristig gesehen fühlt es sich gerade sehr, sehr euphorisch zum Teil an, vor allem im Kryptosektor. Da denke ich mir so, wie schnell kann sich die Stimmung eigentlich ändern? Vor zwei Wochen war noch Trübsal, jetzt ist wieder alles anders. Ja, beobachtet einfach alles mit vernünftigem Verstand, mit einem Weitblick, wie ich das hier auf dem Kanal auch lebe, nicht nur in die Zukunft, sondern auch was die Breite des Blickwinkels angeht. Hört nicht nur auf mich, guckt bitte auch andere Kanäle, holt euch so viele Informationen, wie ihr benötigt, trefft eure Entscheidungen entsprechend, aber haltet euch vor allem an einen langfristigen Plan, denn langfristiger Vermögensaufbau ist der, der funktioniert. Wenn ihr wissen wollt, welche Anbieter ich da empfehle, auch unten der Link in der Beschreibung für Aktien, aber auch dann für Krypto, je nachdem wie ihr mögt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal unterstützt, regelmäßig auch mal bei Finanzwissen vorbeischaut, da gibt es jede Menge Grundlagenartikel, wenn ihr euch mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen wollt. Also auch Analysen, ihr könnt einfach mal reinschauen, gerne hier ein Like da lassen, den Kanal mit einem Abo, honorieren, wenn es euch gefällt, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Das nächste Update gibt es dann nächste Woche Freitag, also ich versuche jetzt wieder freitags den Tonus reinzubekommen und würde sagen, macht's gut, schönen Sonntag noch, bis dahin und ciao.